drummusik bassline moin leute was geht und herzlich willkommen zu einer neuen folge von just for fun mit der Showbox and the session cola moin wir spielen payday 2 und ich habe gerade voll verkackt denn ich habe rausgetappt das ist doch richtig hässlich bei dem spiel du tappst ständig raus wenn du irgendwas drückst du bist auch ständig rausgetappt mal egal wie gesagt wir spielen payday 2 sneaky like ist gerade verloren gegangen weil das ist in der mission die man die sneaky like machen wir sollen nämlich hoxton retten hoxton zahnarzt heißt das ganze ist ein neues ja ist eine neue geschichte 11 halten wir das auto zu bewegen ist ein neues das auto muss ich das auch in dem auto verstecken in der ganzen schoße hinter dem auto ja bin ich ja mehr oder weniger gut leute ok alles cool alles cool es korte truck ach so okay erzählte den truck verstecken so easy äh hinter dem hier merkt er dass er nicht hallo der hat diese richtigen plan hat der mit den vielen ads er kann sein aber wir sind auch nicht die ober pros da aber genau das hat er wie gesagt ne nicht wie gesagt es hat in der abstimmung gewonnen ja sich über das auch ist alles ein bisschen sehr erfaltende fahrer bescheid zu geben es kurz nachladen aua 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 von wo denn aua aua von hinten aua herrn die so es ist die dumm die ränder alle da so lang obwohl wir hier drücken sind K.I. vor der Wind lol der ist da und mach mal kurz hier die Tür Showbox ja ja dann hol dich den wieder auf oh gottes Willen alter Jesus DING ihr helft beide ja pech das wusste ich doch nicht man ich wollte nur helfen Aua und man kann sich voll langsam drehen alter das die Hölle ja warum ja ok los 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 also dass er dort gibt es wird ja auch noch schon mal früher Let's Play genau wenn er da mal Bock hat vorbeizugucken gerne da waren wir aber noch nicht so Boss-like ich hab grad die März und ich habe übrigens ein bisschen gespielt von hinterher von der Seite wie von der Seite ja ich bin da alter das nachladen ach du scheiße bist du wieder hoch bist du gibst du wieder ich hab meine nachladen taste noch nicht äh ja ok alter wie wir jetzt alle down gehen ja hey relax komm es geht ja nicht hochhelfen ne ich versuch warte ich mach dich warte ich schaff das ich schaff das ich schaff das oh shit warte nein ich befinde mich in Haft so nein nein lebst du jetzt wieder oder bist du hilf mal dem anderen hoch ok ich helf ihm hoch warum kann ich nicht nachladen schnell 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 ok ihm helf ich auch wieder hoch aua Cola alles klar bei dir ja ja ich Aua 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 nein warte bitte nicht läuft der hier noch noch eine Sekunde ok nein lad noch oh nein ich muss schnell nachladen ja ich muss auch schnell nachladen das ist richtig behindert denn dann wird es langsam eng oh lord ich hab keine Muni mehr hast du Muni Packback? ich hab ne ich hab nur hier wir müssen uns jetzt mit dem Auto bewegen wieder neben dir ne das ist das ist dieser achso ja danke ach du scheiße reinlunzen einfach reinlunzen ja ist so aber was ich richtig gut finde der rückstoß ist richtig richtig geil man kann echt nicht sprain mehr oder weniger also wie der weg geflogen ist ja du leckst manchmal ein bisschen schlubus du musst schon auf den Kopf zielen ne? ja ja ich? ja bin mir leid lass dich einfach in ruhe oder geh hier mit wir haben uns übrigens also ich persönlich hab Schalldämpfer auf meinen Waffen hinter uns sind die Zolle ich hab auch Schalldämpfer ich hab auch Schalldämpfer hinter uns sind die Zolle warte wir müssen uns ein bisschen konzentrieren das merkt ihr vielleicht ja ich bin da ich bin da ich bin da pass auf hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns oh und vor uns what the fuck weiss ob hier ne Tür ist ja gut ich merk ich hab schon grad anderes zu tun aua 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 ich bin da ich hab wirklich ich bin hinter dir aber du bist auch fast down ja du liegst aber sehr ungünstig ja mach nicht wir sind doch der einzige der ein bisschen HP hat ist dieser S-Rang ja hab ich niemand hochgeholt? nein ich hab den noch nein ich guck hier nochmal ein bisschen zu scheiße ich sind alle down oh nein ja ich bin jetzt auch down Hilfe Hilfe ne der hilft noch was steht da Hilfe nein nein hä der eine lebt noch der hilft dir hoch ne ich bin selber down aber wenn der das schafft können wir wieder rein was macht denn der doch du bist wieder hoch ich hab keine Munition mehr renn noch nimm die Pistole ja geht nicht ich war down oh scheiße sind jetzt alle down? ach ne shit berechner Erfahrung ist 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 schwer ist wirklich schwer und das ist schon leicht alter also wir probieren es nochmal ja so leute sind wir wieder ein bisschen weiter vorne oh shit ja ich bin gleich down gegangen aber ich bin dann ziemlich safe position down gegangen ja ja ich bin hier grad gar nicht so sehr ich schreibe mal kurz rüber zum anderen tschüss danke danke ich warte ja wir helfen dir naja das ist kein Ding wir sind wir sind aber gegner massen ne ok wir müssen eben aufpassen mit unserer munition weil vor uns hatten wir keine munition mehr also zumindest viele also noch wenig halt lange wärs nicht mehr gegangen und und deswegen müssen wir schließlich ein bisschen mit der pistole in der hoffnung dass er irgendwie länger hält ich weiß nicht ganz das auto ist ja immer noch hart am cruisen aber scho 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 wo du lebst Oh fuck, oh fuck. Ich bin fast down, Showbox. Showbox ist irgendwie AFK, okay. Scheiße. Kann ich hier rein? Nein. Alter Eis, ob ich da und bin. Okay. Warum nicht sehen die das? Okay. So, lol. Ja, warum bist du weg, Junge? Ja, ich musste weg, Alter. Meine Mom hat mich übrigens genervt. Also ich musste. Musst du wieder einen Blowjob geben für deinen Vater? Auf jeden Fall, wir sind ein bisschen weiter vor, ne? Wir haben es jetzt mehr oder weniger fast geschafft. Oh ja, ist Munition. Auf jeden Fall finde ich... Ja. Ich hoffe, ich werde es weiter. Ähm, Digga, da seien sich ein paar Leute ab vor uns. Ja, ja. Ist doch cool. Komm mal mit zu Dennis hier. Ja. Aua. Alter. Digga, ich bin nicht gestorben. Was ist los, Alter? Hey, du warst übelst safe. Die haben uns dann verfolgt. Okay. Da ist keiner mehr. Hier kommen wir jetzt. Na? Ich kann hier keine... Doch, hier kann ich nämlich nur Platz. Hey, da bringt das ja nichts. Hey, da bringt das ja nichts. Machst du irgendwo hier im Weg? Achso, hier unten. Ja, stimmt, 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 stimmt. Stimmt, stimmt. Das Auto fährt ja immer noch schön vor sich hin. Ist überall keine gültige Zielfläche. Scheiße. Hey, was ist das mit der Zielfläche, was da angezeigt wird? Ich habe das auch, wenn ich... Ja, bei dir ist das halt dieses Munitionspaket, oder? Achso. Ne, ich habe Arzt, sonst was. Mach, gib, nehm mir hier alles. Wo alles nehmen? Was? Ah, du hast eine Arzttasche. Oh, voll gut. Ja, aber ich kann hier irgendwie nicht. Ist bei dir auch ungültig. Ich mache. Was ist eine gültige Zielfläche? Ich weiß, was eine gültige Zielfläche ist. Das ist das Problem. Ah, ich glaube, ich kann hier... Ha, okay, Slowbox kommt mit dir her, hat halt fast das... Ja. Das Schloss geknackt. Der hat zu viel Muni, oder wie? Ah, hier, hier ist eine gültige Fläche. Komm, jetzt mit doch. Ah, ne, hier ist es jetzt, okay. Jetzt ist hier doch jetzt eine gültige Fläche. So. Ja, hier. Achtung, weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Willst du hier durchgehen, oder so? Ich weiß nicht, ob man da durchgehen kann. Ähm, da sind Leute gespawnt bei deiner Tür. Ja, ja, wenn die hier reinkommen wollen, kriegen die erstmal eine Mine vor der Fresse. Puh. Ich habe es einfach probiert. Das im Arzttasche. Nur mal so. Ja, sehr gut. Ich nehme mal ein bisschen. Oh, das war schon alle. Ach, du Scheiße. Okay. Wollen wir lieber wieder reingehen? Nein. Müssen da rüber. Wo rüber? Da, wo der ist. Ah, lol. Okay, dann gehen wir. Alter, wie die sich hier durchglitschen. Komm, komm. Ja. 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 Renn einfach durch. Ja, ja. Vor uns. Sehr gut. Nee, alter. Ich möchte meine zweite Waffe, alter. Das buggt manchmal und ich habe übelst Angst, dass ich auf meine Windows-Taste komme, ne? Weil dann ist hier Eskalation. Scheiße, vor uns. Oh nein, nicht sterben jetzt, nicht sterben jetzt, nicht sterben jetzt, nicht sterben jetzt. Nein, 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 nein. Oh, hier sind richtige. Cool, wir müssen wiederbeleben. Ich belebe wieder. Ja, der liegt da sonst. Du kannst ja... Ach, der. Nein, jetzt nicht sterben. Ja, doch, ich werde sterben. Versuche einfach, uns wieder zu beleben. Ich kann es schaffen. Oh Gott, ich bin so low. Nein. Floorbox. Oh. Oh Gott, Sword-Einheit, Sword-Einheit. Einfach draufschießen. Nein, ich bin wieder down. Alter, ich bin alleine, oder wie? Ja. Ich versuche, den Sword-Mann zu killen. Hab ihn. Oh Gott. Ich mache, ich mache noch. Du hast mich noch? Ja, ich schaffe das schon. Ich vergebe zwar, Muni, auf Doom jetzt gerade, um dich hier zu retten. Ich bin down. Ich schaffe das. 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 Das war jetzt nicht so richtig klar, weil wir dahin mussten, weil wir kennen das Level jetzt nicht so unbedingt. Kann sein, dass die das irgendwie auswendig können. Aber wir nicht der Auslandsspiel verlassen. Ja, der Auslandsspiel verlassen. Das ist Schicksal. Oh ja. Aber war krass. War krass, oder? War auf jeden Fall cool, ja. Also, uns hat es Spaß gemacht, so, ne? Das macht mir wirklich auch mehr Spaß, als irgendwie so sneaky alles zu machen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und wir sind weit gekommen, ne? Auf jeden Fall. Also, haben wir immer noch nicht das erste Level fertig. Nee. Äh. Nee, wie gesagt, wir sind keine Bosse. Bosses. Bosssacher. Ähm. Bosssacher. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Schreibt gerne Spiele, die wir mal spielen sollen, in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Tschüss, tschüss. Ja.